Ich schlafe in meinem Schlafzimmer auf dem Teppich. Oh nein, ich schlafe auf meinem Bett mit lila Kopfkissen. Wenn ich Hausaufgaben mache, benutze ich meinen Schreibtisch. Ich nehme meine Kleidung von meiner Kommode und dann sehe ich mich sie an. Ich liebe dieses Zimmer. In meinem Wohnzimmer habe ich einen Plasma-Fernseher, weil ich mit meiner Familie sehe. Wir sehen MTV Cribs. Es macht Spaß. Hier ist mein Sofa mit einer Bettdecke. An Abend sitze ich auf dem grünen Sessel, während ich den Kamin sehe. Hier ist mein Küche, wo ich mich meiner Hande mit einem weißen Wasserhahn waschen. Hier ist mein Fenster in der Küche. Ich habe Eier und Milch in meinem Kühlschrank. Ich habe viele Schranke in meiner Küche. Ich habe auch eine grüne Selle. Ich bade mich in meinem Badezimmer. Ich wasche mir die Haare mit blauen Seife in der Dusche, damit es sauber ist. Ich gehe auf die Toilette hier. Ich sehe mich in der Spiegel an. Wenn der Fenster geöffnet ist, sieht es. Hier ist mein Keller, wo mein Fisch ist. Meine Familie sehen fair und mein Brunner spielt den Trommel. Es ist dunkel, bis wir das Licht anmachen. Ich habe vier Sofas. Es gibt ein Bild von Jackson Stewart. Ich habe das Licht anmachen, bis wir das Licht anmachen.